Lass uns loslegen, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Ach, schuld. Immer, wenn man sich ans Bett legt. Warte, machen wir das. Das haben wir gleich. Machen wir eigentlich einen Kunstgriff. Machen wir eigentlich einen Kunstgriff. In der Staffel 7, eine neue Episode. Heute wieder auf Lucky 5. Ja, GTA RP mit Larry Skinner. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr irgendwann mal das Ganze hier gucken wollt, schaut gerne auch mal auf YouTube nach. Auf Todolust TV. Da findet ihr alle VODs. Und da habt ihr auch jede Menge Stunden zum Gucken. Da könnt ihr das auf und nieder, was auch so im Leben passiert, im Roleplay, nachgucken. Und mitfiebern und mitleiden und mithassen und mitlieben. Das könnt ihr dann genießen, wie ihr möchtet. Ja, also schön, dass ihr heute da seid. Einen wunderschönen guten Abend. Und ja, heute haben wir ein paar Termine. Wir starten heute mal durch. Ich bin gespannt, wie es wird. Und ja, lass uns mal, lass uns mal testen und schauen, was heute so abgeht. So, als erstes müssen wir mal die Laufhose hier loswerden. Zack. Zack. Oh, falsches Lot. So. So, so. Ach so, ich wollte nochmal anprobieren. Das geht immer noch nicht. Nö. Ich habe es auch noch nicht gemeldet. Ich habe keine Zeit. Ich habe einfach keine Zeit, es zu tun. Ich habe keine Zeit. Ja, Flintor. Das ist, ja. Aber teilweise ist es gut eingefangen, das Spiel. Also du kannst das teilweise auch gar nicht so richtig ratzfatz abschließen. Also, ja, kann man schon, aber. Ach ja, es soll ja Spaß machen. Juhu. Also, die braune Weste ist ziemlich cool, muss ich sagen. Ganz ehrlich, die gefällt mir richtig gut. Mit dem Schwarz zusammenpasst das wunderbar. Oh, ist ja schon auf. Oh, Pizzaschnecken. Oh, die hat Larry immer so gern gegessen. Das sind Pizzaschnecken. Mh, nom, nom, nom. Fangen wir dem Schlag wieder zu. Guck mal, was steht denn hier alles? Mh, das ist ja. Ach so, ja, stimmt. Das sind die, äh, die steht schon ewig da, die Cocktails. Ja, aufgestellt, weil es Larry und Erry was getrunken haben. So. So, dann gucken wir mal aufs Handy. Anrufe. Jede Menge. Madison Oakley. Wir verpassen uns, glaube ich, schon seit, keine Ahnung, seit Wochen. Na ja, gut, dann ist das so. Ähm, einen Moment. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm. Sekunde. Ah, ja. Ah, ja. So, ich gucke gerade, äh, ich schaue gerade im Bestand, äh, hier, äh, ich schaue gerade auf dem System hier von, ähm, Dynasty, ähm, Dynasty, Moment, bin gleich da, Bestand, okay, mhm, wo sind die denn durch? Mietverträge. Hans Sanchez, okay, ah, Theodore wurde verschickt. Dann rufen wir den mal an. So. Amit fort. So. Vielen Dank. Winter. 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 ist alles funktioniert aber das freut mich ich meine dann ist ja es auf jeden fall dann steht zumindest im guten start nichts im wege wenn sie es rutschen hier frisch hier sind das freut mich ja ich bin auch ziemlich froh dass das so schnell geklappt hat alles ok also relativ schnell ja dann dann weiß ich da zumindest mal bescheid dann kann ich ja erst mal dann werde ich erst mal diesen auftrag und da werde ich das erst mal den rest der vorgang stornieren außer das sollte eigentlich schon passiert sein ich hatte eine e mail an ihre geschäftsstelle geschrieben ich denke die haben doch doch antwort bekommen ich kann auch den namen sagen von der person die das angeblich dann stornieren wollte ich gehe davon aus ist man müsste etwas ohne nachzuschauen kann das gut sein okay ich kann aber wie gesagt gerne noch mal nachgucken geben sie mir eine sekunde kein problem ich bin gerade mal ich check gerade ich nehme sie mal auf lautsprecher warten sie ja das war etwas richtig ja okay ich nehme sie mal kurz auf lautsprecher kleinen moment und prüfe mal was geht derzeit okay sie wollten ja doch etwas hochwertigeres mieten richtig aber da haben wir momentan nichts da ich habe jetzt noch mal nachgeguckt hat sich ja scheinbar noch nichts getan die tage aber trotzdem ich werde sie mal ich so weit es mir möglich ist werde ich sie in erinnerung behalten und wenn ich etwas entdecken sollte wenn etwas frei werden sollte werde ich sie anrufen in ordnung das wäre absolut großartig okay bedanke ich mich dann schon mal im voraus bedanken sich erst wenn wenn es sich lohnt sich zu bedanken aber ich habe in erinnerung ich denke mal geschmacklich treffen wir wahrscheinlich eher den es soll ruhig ein bisschen moderner sein gehe ich davon aus und ein auch moderneres bad richtig genau also was mich an den gardens halt stört dass zum beispiel dieser kuhteppich und so weiter dass das alles das sieht sehr viel zu durchgemixt aus und ein bisschen zu sehr verspielt ich verstehe also ich nehme dann doch eher schlichtere und ruhige dinge im idealfall wahrscheinlich eher schwarz weiß grau das ist eher so ja neutral ja wir können eine an eine weitere farbe können wir schon ranwagen das ist nicht das problem aber ja dann schaue ich mal nach liegen sie damit schon ganz richtig okay haben sie also sie sagten ja in den fotos sie hatten ja denke ich auch venture kam schon geguckt haben es war ja einmal pegasus meteor street das wäre natürlich eine feine sache hatten sie noch hatten sie bilder auch von den chatty apartments gesehen gibt es die dann auch menschen müsste ja dann bin ich mir sicher ich hätte sie gesehen die finden sich am great ocean highway das ist sozusagen wenn sie sie kennen mittlerweile den west highway in den norden und wenn sie da kurz vor das müsste ja das ist ja noch sie kennen die tankstelle bevor sie rauskommen auf den heilig bevor sie wirklich raus von los santos gibt es noch die tankstelle gegenüber von zellie siesta auf der rechten seite meinen sie ja richtig und da und da dahinter befindet sich also wenn sie dann rechts abbiegen würden in dieser straße bevor sie auf den highway weiterfahren da ist dann befindet sich hinter schräg hinter dieser tankstelle befindet sich ein sehr großes gebäude da sind die chatty apartments da haben sie einen auf jeden fall einen richtig schönen ausblick und ja und sie haben eine sehr große poolanlage die allerdings gemeinschaftlich geteilt wird aber bei der größe des pools dürfte das kein problem sein aber ich halte da mal die augen offen wir haben da momentan noch eine reservierung ich weiß nicht ob das jetzt wirklich tatsächlich ja vermietet wird da werde ich mich schlau machen und falls ich mehr in erfahrung bringen kann und dann noch es sich lohnt sich anzugucken werde ich sie kontaktieren das ist sehr freundlich also bilder sehe ich hier gerade nicht ich müsste vielleicht nach direkt suchen ich muss man ja da ist ein okay aber das ist nur das teaser bild vom gebäude haben wir da wirklich keine bilder erwarten will glaube nicht also nicht auf menschen gramm zumindest ein moment ich bin noch da so haben wir die villa modern weiß und schwarze die sind also da muss man echt glück haben wir von dir erwischen möchte so die upper class grau will in new york das sind die bilden genau to style das farmhaus das ist tatsächlich aber da werde ich mal noch mal autos ist eigentlich gar nicht schlecht dass wir darüber gesprochen haben werde ich noch mal nachjustieren wäre auch schön wenn man hier noch ein paar bilder wieder ergänzen würde also so werde ich soweit ich mitbekommen ist sind die ja auch ja es wird ja auch genutzt so ist es ja nicht die leute möchte ich den ersten eindruck verschaffen genau genau okay wir hatten ja wenn ich noch richtig in erinnerung bin hatten wir uns weinwood garten sein gesehen ja hatten wir uns nicht angesehen damit es war ach nee es war die maritim richtig genau okay nein das ist doch ist ja kein problem ich gehe davon aus dass wir damit sie zeitnah es wird ja immer wieder mal was frei wenn sie noch ein bisschen ausharren dann könnte es könnten sie wirklich glück haben und ich werde sie kontaktieren ich vergesse mich ja eben ja wunderbar okay dann ein angenehmer abend ihnen noch ich werde mal dann losfahren dann fahre ich auf ins büro den wünsche ich dann auch machen sie es gut ja dankeschön haudi bis dann oh danke mr j das war ja aber gerade wirklich dann jetzt gerade so oh ja mir geht's gut ich bin wieder gott sei dank in einem stück in ihr angekommen auf der insel das fliegen ist immer so eine sache und jetzt mache ich jetzt mache ich mich gerade mal auf dem weg und ja bin gespannt wir sollten ja den termin haben um 21 30 wenn ich nicht irre ja dann gucken wir mal ich habe leider aber den er ist nicht erreicht ich hoffe es ist alles okay bei ihm okay ich habe jetzt auch noch nichts neues gehört ja ich hoffe mal auch ich habe eben jetzt nicht erreichbar ist schwierig werden ja das stimmt naja gut zur not kann man ja dann mal weiter sehen ja auf jeden fall mache ich mich jetzt gerade auf dem weg und bin gleich bei ihnen ja ich bin selber noch gar nicht vor ort also ich bin dann wahrscheinlich erst um punkt 21 30 stepper da ja kein problem dann sehen wir uns gleich mr moon alles klar okay haudi haudi tschau tschau sunny sunshine einen wunderschönen guten abend haudi schön dass du da bist auch alle anderen die jetzt dazu geschaltet haben haudi ladies and gentlemen ich freue mich dass ihr da seid ein neuer stream neues glück haudi kampf pinguin dankeschön für 23 monate gailo mart kampf pinguin danke fast zwei jahre ein monat als das spiel 8.800 dollar halt da noch einen kleinen moment aber ist alles okay ja sie schnaufen so laut haben mir direkt in den nacken gepustet aber kein problem alter weihnachtsgeld von alice taxi weihnachtsgeld larry skinner 1500 dollar alter da werde ich ja gar nicht der fährt doch gar nicht so ich bin fertig bitteschön dankeschön schönen abend noch ebenso danke audi das ist ein überfall ja ich wollte dich eigentlich schon ich wollte dich nur kurz informieren dass ich mit mr winter gesprochen habe das richard hat mich schon informiert dass er noch mal dass sie sich anders entschieden haben bezüglich der marie team und ja schade ach so sorry ich komme ich habe ich ja ja sagt er hat eine e mail geschrieben und du hast ihm auch schon geantwortet und das ganze wird storniert tut mir leid ich überfalle ich einfach mit so einem detail und erwarte dass du sofort schaltest ich meine du hast ja sonst nichts zu tun als auf meinen anruf zu warten und dann abzuwarten was ich so habe ich verstehe das schon alles gut weil das dass das ist dann tatsächlich erwarten sie bitte bis ich telefoniere und dann können wir die polizeiliche maßnahme gerne beginnen ja ich schicke ihm noch mal eine mail so so sie äh tschuldigung ich rufe dich gleich noch mal an es ist gerade die das alles das lspd möchte ein ernsthaftes gespräch führen ach brauchst du einen anwalt ne noch nicht ich melde mich gleich noch mal gespannt ok die leute alle mützen und schale ja so ein wunderschönen guten namen sie uniformierter helfender mensch hier in der stadt naja sollte ja so sein wenn jetzt die geflogenheiten nicht alle flöten gegangen sind seitdem ich nicht näher war bin dann denke ich dass sie durchaus auch eine helfende hand beisteuern sofern es auch nötig sein sollte natürlich ja solange ich meine hände behalten darf dürfen sie darf ich ihre pd nummer erfahren 78 ok 57 57 wie lange sind sie denn schon dabei im pd was ein jahr wow schön und gefällt es ihnen hoffentlich noch ja natürlich also schön und sie waren auch mal da oder wie oder was zwei jahre warum sind sie nicht mehr da nur aus privaten gründen und weil ich mich einfach anders in das leben entwickelt sich manchmal anders weiter ja das stimmt und ja wissen sie eigentlich das war eine schöne zeit aber irgendwann geht es eben auch mal anders weiter das ist nun mal so ja und was machen sie heute also jetzt ich meine ich arbeite bei dynasty und ja kümmere mich darum dass die leute wunschgemäß im idealfall eine residenz ihrer wahl bekommen stark ja pd 12 hatte ich früher und dann sd 12 ich hatte das sheriff department in sandy shows großgezogen nachdem ich ja vorher lange zeit im dpd war ja okay ja nicht schlecht aber ich habe schon gesehen es ist so viel personal ich glaube mittlerweile kenne ich nur noch eine handvoll weil ja wissen sie in den es gab eine menge fluktuation viele neue viel neues personal naja alten leute sind weg johnson habe ich schon lange nicht mehr gesehen sandy habe ich auch schon lange nicht mehr gehört ich weiß nicht ob der ab und zu noch da war naja der chief kennt mich ja noch und der ist ja noch da naja kowalski und honey sind auf jeden fall noch nicht so lang da wie das war die hatte ich damals ausgebildet sie werden es nicht glauben ach was ist schon eine lange zeit her ja aber ich überlege gerade wer könnte noch von den alten da sein adams ja die ist nicht mehr da habe ich erfahren die war auch noch eine der ersten stunde da gibt es nicht mehr viel die Sache ist wir können ihnen natürlich auch von interna keine Antwort das weiß ich ich lese es von ihren augen ab und von ihrem aha oder ja das reicht mir durchaus ab das reicht mir durchaus aus also und ja ich weiß es doch das ist schön da wissen sie das reicht doch ist doch ist doch okay das ist doch in ordnung wenn ich weiß dass den leuten gut geht ansonsten aber ich hoffe die stimmung in der stadt die stimmung der stadt macht sie hoffentlich nicht unglücklich arbeitstechnisch das hat jetzt ich hoffe das ist jetzt noch so weit und im allgemeinen die frage gestellt dass man ja muss jetzt nicht gleich sagen ja nein hier und da ist was los aber ich hoffe insgesamt ist die lage ruhiger als noch vor ein paar monaten äh na tatsächlich nicht ach scheiße okay aber sie waren wahrscheinlich lange genug dabei hätte sie wissen dass es nie wirklich ruhig ist ach wir hatten durchaus schon mal ruhige zeiten aber das gilt nie lange es ist immer wieder mal das viertel da ist es sehendes viertel dann dann verteilt sich es manchmal komischerweise na ja ich hoffe das wichtigste ist nur dass sie sich keine kugeln einfangen okay und aufeinander aufpassen natürlich also versuchen wir natürlich so gut wie möglich ich hoffe doch ich habe mir noch nie was eingefangen noch nicht mein schnupfen ah eine kämpferin schön officer 1 richtig ich ja officer 3 oh passen die uniformen nicht mehr oder sind es neue dann fehlt ja noch ein winkel wenn sie officer 3 sind außer dass wurde wieder geändert okay das ist jetzt das ist schon die officer 3 uniform na gut der winkel dazu ist der sergeant ach der sah damals noch viel beeindruckender aus orientiert er sich ein bisschen an die armee die alte erinnerungen haben da auf und sie sind rekrutmesser ja ich bin officer 1 tatsächlich sieht man aber auch keine winkel ist ja traurig gut das ist ja auch die 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 jacke also ich habe ja eine jacke drüber bisschen kalt bis schon kühl draußen ja so die lady ohne jacke der body mit jacke naja gut ist ja okay klar damit ich immer eine jacke ab falls der lady zu kalt ist das möchte ich dann sehen wie sie sich abmühen wie sie sich abmühen innerhalb kürzester zeit die weste abzuwerfen um dann die jacke auszuziehen und das ganze dann natürlich mit noch einem schönen schamanten blick ja das stimmt macht ja nichts außerdem kann man ja gentleman sein ach das freut mich aber ich möchte sie natürlich nicht länger aufhalten sie haben bestimmt jede menge zu tun ja 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 sagen sie mal kann ich denn mittlerweile wenn ich einen führungszeugnis beantrage bekomme ich da mittlerweile papier oder oder ist es nach wie vor einfach eine aussage ist es mündlich okay okay kann ich mir sowas auch schriftlich geben lassen wo ich denke wenn dann muss man eine menschermail an die administration schicken bei uns ja okay wird ja gut zu wissen na gut das müsste gehen eigentlich ja wenn man es für sich selber braucht ich verstehe na sind sie so nett sagen sie doch mal bitte walter einen schönen gruß von mir falls sie ihn mal treffen ja den treffen wahrscheinlich schneller als erwartet recht das heißt also erst da ich rufe dem ok ich danke ihnen wissen sie kann ich jetzt sagen dass sie mir gesagt haben dass er da ist ist das ein problem das weiß ich nicht ach nein das mache ich nicht ich wünsche ihnen einen schönen abend und passen sie auf sich auf in ordnung ja sehr häufig dann hau die ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja alles gut und dann bin ich noch ein leichter ja also wir haben ja noch ein zwei dinge im arbeitsvorrat ja genau ja und ich habe ja selber noch laufende vorgänge die ich dann zum abschluss bringen als gar das klingt doch gut ja in ordnung dann bis nachher bis später ja Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu Ihnen. Ich habe noch einen Sprung im Office vorbeigemacht bei Dynastie. Ich habe noch ein paar Mal versucht, Mr. Popodopoulos zu erreichen, aber es sieht irgendwie gerade... Da geht nicht ran. Ich hoffe, dass wirklich nichts passiert ist. Ich hoffe auch. Das wäre äußerst lägerlich. Hoffen wir mal, dass es einfach nur verbannt hat. Ja, gut. Ja, das wäre dann wenigstens... Ja, wie gesagt, wenigstens ist ihm da nichts passiert. Sagen Sie, hatten Sie mit ihm schon grob was besprochen? Nee, das ist tatsächlich nicht. Das Problem ist, dass wir fast behaupten, dass der Termin ohne ihn auch relativ wenig Sinn macht. Weil wir mit ihm ja quasi jetzt besprochen hätten, wie weit das möglich ist. was wir uns da ausgedacht hatten. Ja, richtig. Also ich könnte gerade noch mal vorbeikommen. Wir können ja noch mal ein paar Minütchen warten. Und dann, wenn er nicht kommt, dann müssen wir mal sehen, wenn wir ihn wieder erreichen. Ja, ja. Das können wir so machen. Mehr als abwarten können wir jetzt auch wahrscheinlich nicht machen. Ja, gut. Ich meine, wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt nichts passiert ist. Ansonsten... Ja. Ja, ja. Na gut. Da ist manchmal auch einfach höhere Gewalt im Spiel. Manchmal ist das so, ja. Ja, das stimmt. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin gleich bei Ihnen. Ja, okay. Dann warten wir noch einen Moment. Haben Sie eigentlich noch mal irgendwie was Neues? Haben Sie noch mal mit Ihrer Frau gesprochen? Äh, kam ich noch nicht zu. Die wollte eigentlich heute auch auftauchen. Ist sie bis jetzt aber auch noch nicht. Ah, okay. Schon dir heute wirklich alles mit höheren Gewalt zu tun haben. Ja, ich fürchte auch, ja. Aber das ist scheinbar schwierig. Oh je. Oh, okay. Nein, das ist nur das eine Tozor. Ach so. Ah. Ah, so ist das. Na dann. Howdy, lady. Gentlemen. Howdy. Howdy, was ist es genau? Ja, die Mr. Warhol, die kennen Sie, glaube ich, auch noch. Mhm. Ja. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Aber Sie sind ja ganz schön eingepackt heute. Ja, muss sein, muss sein. Na, die Öhrchen frieren sonst ab. Oh je. Ja, die Gelder sind wir nicht gewohnt, ne? Oh, ich finde, das geht eigentlich noch. Also, ich finde, eigentlich, ich meine, jetzt habe ich heute mal ein langes Hemd angezogen. Ja, die Weste, die macht das schon. Und, und natürlich dann die Heizung im Auto. Ja, das tut mal gut. Wissen Sie, das Schöne ist, wenn man einen Job hat, bei dem man durchaus auch mal ins Trockene rein kann und nicht draußen arbeiten muss. Ja, das ist ideal. Stimmt. Ja, die Armini-Mitarbeiter, ne? Ja, die müssen hier draußen ackern. Draußen im Matsch und Regen. Ah, ja, das stimmt. Und wer sind Sie, Mr. Skinner? Das ist mein Name, ich grüße Sie. Ich bin Mehmet Erdem. Wie war das? Mehmet Erdem. Ah, Mr. Erdem. Okay. Der zweite große Juri, genau. Ah, ich verstehe. Schön, das freut mich. Ich auch. Ich kann es nochmal versuchen. Ach, wie ist der Zufall so will? Ich habe ja so Durst. Ich freue mich immer und wenn ich das auch noch hier... Ich habe doch dieses riesige Lager im Kopf. Hätten Ihnen fast noch ein paar Sprung und ein Baum hier liegen können, ne? Schon. Äh, ja. Könnte auch einfach ein Baum sein, an dem man lauter Sprung-Dosen hängt. Das wäre so schön. Das ist auch eine Idee, das stimmt. Ah. Das ist so gut. Das hört sich auf jeden Fall genüsslich an, ja. Ja, das nennt man intensives Trinken. Ja, bei mir geht auch nicht ran. Mehmet, mach auch mal. Wollen Sie wissen, wie das funktioniert? Sie müssen... Das ist einfach eine Übungssache. Ja, Mehmet. Willst du das mal üben? Nee. Wieso nicht? Ich kann Ihnen den Trick verraten. Wissen Sie... Deine Freundin wird sich darüber freuen wahrscheinlich, Mehmet. Schauen Sie mal. Erzählen Sie mal. Ich erzähle Ihnen das gerne. Schauen Sie, ich mache das jetzt mal so. Ja, das ist Ihnen ja wohl bekannt. Eine Sprung-Dose. Ja. Die Trinköffnung hat genau einen Durchmesser von einem Zentimeter. Sie müssen beim Trinken Ihren Mund spitzen und 0,8 Zentimeter, also ansetzen, an der Öffnung dieser Dose. Das heißt, es müssten 0,2 Zentimeter frei bleiben. Dann rollen Sie Ihre Zunge nach hinten und mit einem leichten, genüsslichen Saugen, während Sie diese Dose kippen, ja, saugen Sie das Getränk genüsslich ein und lassen es über diese gerollte Zunge laufen. Wenn Sie das in der richtigen, wenn Sie das in der richtigen Intensität machen, entwickelt dieses Getränk ein völlig intensives Aroma und, äh, ja, endet in einer Geschmacksexplosion, wenn man es runterschluckt und das ist so toll. Naja, jedenfalls, ähm, wissen Sie, die richtige Intensität des Saugens ist wichtig. Ja, das ist der ganze Trick. Mhm. So. So ist es. Und das erfordert natürlich ein bisschen Übung. Ja, das glaube ich. Ja. Oh, Mehmet, das erfordert Übung. Ich liebe es, wenn ich diese Geschichte so mache. Da kannst du ordentlich mal ein bisschen dran schlürfen und üben. An der 1 Zentimeter Öffnung. Ja, noch habe ich Zeit besorgen. Ja, wissen Sie, wie Sie ansetzen müssen? Haben Sie es sich gemerkt? 0,8. Richtig. Das heißt, Sie... 0,2 lasse ich, äh, Öffnung. Ja, richtig. Und dann Zunge nach hinten und dann... Was müssen Sie mit der Zunge machen? Zusammenrollen, nach hinten. Nach hinten rollen, richtig. Das richtig aufgepasst, wow. Und Sie können es dann, also Sie können es nennen, wie Sie wollen. Entweder Sie saugen es zart ein oder Sie können sagen, Sie... Ja, Sie schlürfen es natürlich. Das ist auch in Ordnung. Aber, wichtig, die Zunge nach hinten und in der richtigen Intensität. Und dann werden Sie es schon merken, wenn Sie es richtig machen. Oh. Da muss man die Intensität auch anpassen, das ist so. Ja, das, äh, kommt ganz darauf an. Bei Sprung, wenn sie natürlich, wie es bei Rainys üblich ist, immer gleich und wertig hergestellt wird, ist es natürlich auch immer die gleiche Intensität. Schließlich, es ist ja ein Qualitätsprodukt. Absolut. Ja. Ja, so ist das. Ja, Erwas scheint nicht da zu sein. Ja, ich glaube ja. Ich glaube nicht. Scheint wohl wirklich höhere Gewalt zu sein. Das war ein letzter Plan. Achso. Ja. Ich möchte dem CEO hier nicht das Wort nehmen. Wir werden jetzt einen groben Plan aufgestellt. Also zum einen, dass wir halt, da müssen wir halt noch mit Eros bequatschen, wie weit das möglich ist. Wegen der Technik und Aufnahmeart und Effekte. Genau, richtig. Genau. Wir brauchen ja eine richtige Nahaufnahme von der Zunge und so, ne? Das ist das Ding. Das wäre natürlich ideal. Das stimmt. Also der Plan ist schon, dass wir so diese Trinktechnik, äh, ja so kurzes Nibbet immer so, ne? Kurzes Nibbet. Ja, die so die wichtigen Sachen, ne? Die, die erklärt dann Mr. Skinner. Äh, aber das muss natürlich kompakt sein. Weil es ja eine Art Werbeclip ist. Genau, und das, und vor allem, es muss ja auch, wie bei einer Werbung üblich, es muss so, verstehen Sie, es muss dieses, wie sagt man so, dieses Hype-Gefühl muss aufkommen. Also das darf jetzt nicht, ich hab Ihnen das jetzt erklärt, ausführlich und, ähm, ohne, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben vielleicht eine langweilige Musik dabei. Das ist scheiße. Es müssen so kurze, was sagten Sie, das gefällt mir, Snippets, Snippets sein. Und die dann wirklich so mit, äh, verstehen Sie, kennen Sie diese alten, diese, diese alte Batman-Serie, wo es so, immer wenn sie sich gekloppt haben, kam hier diese, dieses Bam, boah, ja, so, so in dieser Art, da muss die Musik so, muss dies, muss das vermitteln und es muss einfach eine, es muss eine Werbung sein, die mitreißt. Und eingebunden werden soll dann auch noch der Sprung-Buffalo in zwei, drei Ausschnitten. Am besten so. Ah, und, äh. Was ist jetzt mit den ganzen oberkörperfreien Männern neben dem Sprung-Buffalo, verstehe ich jetzt nicht. Oh, darf ich Ihnen was zeigen? Ich muss Ihnen was, wissen Sie, Eros ist ein Künstler. Nein, 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 ich möchte, äh, ach, ich muss, darf ich Ihnen das, das schicke ich Ihnen ein, Moment, äh, ich muss Ihnen das in Venture schicken, das ist unglaublich. Äh, warten Sie, ich muss mich erst mal einloggen in diesem System. Der Venture-Mail ist ja sehr altmodisch. Moment. So. Da habe ich, äh, ich glaube, dieser, dieser Mann ist so kreativ. Dieser, ja, Mr. Popo-Dubulus. Ähm. Popo. Passen Sie auf. Das ist unglaublich. Äh, wie kann ich das denn jetzt? Weiter, das ist doch hier, ja, weiter. So, an. Wie schrei, äh, Rainy, mit dem Apostroph, richtig? Ja, aber eigentlich müsste es auch nur diesen einen Account geben. Ja, gibt es auch nur. Und jetzt schicke ich Ihnen das. Gucken Sie sich das mal an, was er für mich gemacht hat. Und ich bin, ich bin, ich bin, ich bin einfach so gerührt und begeistert und emotional berührt gleichzeitig. Wow. Das ist unfassbar. Das hat er gemacht. Das hat er gemacht. Aber, also, wissen Sie, da ist es auch mal wert, auf jemanden zu warten, wenn höhere Gewalt dazwischen kommen könnte. Absolut. Wie schlecht. Ach, erst mal Rainy Energy. Na, aber soll ich Ihnen was sagen? Energy hin oder her? Ja, die wahre Essence of Life ist Prank. Das ist richtig, aber die Energie zwischendurch ist immer gut. Ich meine, natürlich, äh, bekommen die ein oder anderen Menschen, die, äh, Hochleistung, äh, liefern müssen. Für einen kurzen Moment auch Energie bei einem Energy von Rainy's, da bin ich mir sicher. Hm. So ist es. Der beliebteste Energy-Bling auf der Insel. Was halten, was halten Sie denn von diesem Wallig-Surf? Also, äh, Mehmet findet es super, wir hingegen sind eher dagegen, so. Ist es jetzt wegen Konkurrenzdenken oder ist es wirklich die Qualität, wo Sie sagen, naja. Also, ich, jemand, der Weasel News erzählt, irgendwie Rainy würde Sicherheits-, also, äh, hier, Hygienevorschriften, etc. nicht einhalten, nur um die schlecht zu machen. Das haben die gemacht? Ja. Das, ja, ja, das haben die gemacht. Das kam natürlich nicht sehr gut dran bei uns. Oh, da könnte ich Ihnen was erzählen, aber das mache ich nicht. Ich will das nicht noch mehr befeuern. Äh, wir haben da jetzt auch nicht groß drauf reagiert. Ich kenne, ich kenne jemanden, der da mal gearbeitet hat und, äh, äh, auch so, sag ich mal, die Prozesse kennt. Also Walter Weiß, oder? Ja, gut, den kenne ich auch, ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass, äh, wenn man sowas von anderen behauptet, dann stimmt bei einem selbst auch was nicht, würde ich ganz ehrlich so sagen. Gut. Einfach mal einen raushauen. Am Ende hat Ihnen diese Schmutzkampagne nicht viel gebracht. Ja, denke ich mir. Ich meine, äh, es ist ja deutlich, wer hier wirklich den Markt beherrscht mit seinen Getränken. Würde ich auch machen. Und vor allem auch die Werbetafel, ne? Ja, das stimmt. Ja, gut, wer die Kohle hat, würde ich sagen, ne? Aufgrund des Verkaufs. Ja, aber auch diese, diese Kreativität einfach. Der Werbung. Ja. Hammer. Hatten Sie die gesehen, die ganzen Werbungen? Wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, nein, ihr habt da noch nicht nachgeguckt. Oha. Ich bin wirklich, ich, okay, sollte ich das tun, ja? Ja, es ist ja schon vorbei. Es war über einen Monat. Ja, ach, wissen Sie, ich bin, wissen Sie, ich bin, ich werde 42, äh, bin 42. Und das Problem ist, ähm, mit Technik, das ist immer so eine Sache, ja, das, ach, das überholt mich immer so ein bisschen hier alles. Ich gucke nicht so auf den Venture. Ja, es gab aber auch für, äh, die Menschen, die sich mit Venture nicht so auskennen, genug Werbung, ja, auf dem großen, äh, Werbebanner. Ja. Ja, und ich bin im Norden unterwegs gewesen. Ja, aber alle Bänke, ne? Alle. Im Norden gibt es bestimmt auch Bänke, oder? Ja, kann sein. Was ist jetzt so aus, oder? Dazu muss man sich an die Bänke setzen. Dazu muss man sich auf Bänke setzen. Ich setze mich in die Natur. Aber ja, ich könnte wohl den Hinweis mitnehmen und mit etwas offeneren Augen hier durchlaufen. Ja, jetzt ist die Werbung eh hässlich. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr gucken. Wieso ist sie jetzt hässlich? Ja, die ist jetzt andere Werbung. Ja, und? Aber trotzdem kann doch Werbung Werbung sein. Nee, aber diesmal ist sie wirklich hässlich, also. So, wo kommt das denn her? Werbung. Oh Gott, das findet man ja. Ich glaube, ich muss doch nach Rainys suchen, hm? Sie haben das doch bestimmt gepostet. Ich glaube nicht, tatsächlich. Nee, haben wir nicht. Nee? Oh, wo finde ich das am besten? Verdammt nochmal. Und das zuschicken. Noch nachträglich. Wir können die Grafiken gerne zeigen, oder? Ja, mach mal. Aber was halten Sie denn von dem Bild? Also ich finde das toll. Passen Sie auf, Lady und Mr. Sie kennen doch bestimmt die Chetty Apartments. Haben Sie die schon mal gesehen? Nicht? Aber, ja. Ja, das Bild habe ich Ihnen geschickt. Haben Sie das auch mal den Mitarbeitern gezeigt? Äh, nee. Habe ich noch nicht weitergezeigt. Das ist ein, wissen Sie, das ist ein Bild. Das ist eine Sprunk-Werbung noch aus den 80er Jahren. Da gab es sogar Sprunk noch in der Flasche. Sie glauben es nicht? Ja, das kenne ich auch noch, die Zeit. Naja, jedenfalls... Hier rein Roller. Oh. Sie ist es! Woo! Oh, nein. Isabel! Hey, Howdy! Wer ist denn hier? Kommt den Roller an mit Weihnachtswitz. Ja, klar. Die Umwelt, weißt du. Findest du unsere Doxa? Was ist denn das für ein Zebra sitzt da auf deinem Roller? Wow. Gehörst du auch... Gehörst du zu dem Club hier? Bist du in dem Roller-Club drin? Nee, ich mach meinen eigenen. Echt? Oh. Rollins. Roll... Auf Tour. Wow. Rollins. Rollins on the road. Yeah. Das klingt gut. Ja, du wirst mein erstes Mitglied sein, Larry. Ah. Also ich kann doch auf dich zählen, denke ich. Ah. Das fand ich sehr überzeugend. Rollins on the road. Rolli. 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 Ja, das doch, das kann ich mir vorstellen. Gibt doch hier da, da kann man schön singen. Rollins on the road. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bisschen Musikuntermalung und schon hast du mal einen Werbeslogan für Rollins Road. Die Rollins Roadster. Ja, fühl ich. Wollen wir gerne drüber sprechen. Oh, da wird bestimmt Madison auch liegen, wenn die mitreden wollen und alle abwerben wollen. Abwerben. Ja, die hat doch auch, die hat doch so einen Roller-Club im Norden. Ja, ja. Ja, Lost AF. Ja, ich glaube schon, ja. Ist das nicht das Gebäude hinter der Tankstelle? Äh, ja. Da habe ich mal ein paar Roller rumstehen sehen, aber sonst kein angetroffen. Ja, das Clubhaus von denen. Ach, Clubhaus. Das ist eher ein Verein, oder? Ja gut, es ist ja ein RC, kein MC. Ich weiß gar nicht. Ja, aber ein MC, dann hätte wohl, äh, also wenn die sich als, ähm, als MC bezeichnen, dann hätten die wahrscheinlich hier durchaus mal Gesprächsbedarf mit den einen oder anderen MCs dort. Und die zu Konflikten kommen, vielleicht? Vielleicht. Vielleicht, ja. Ja, also wenn es so ein MC ist, der was auf sich hält, glaube ich nicht, dass die einfach erlauben, dass ein anderer in der Nähe ist. Ja, das sind ja nur die Mayhams oben. Ja, das reicht, denke ich. Ähm. Aber wobei ich denke, ihr Lieben, ach so, die Werbung der 80er Jahre. Da wurde Sprung sogar in Flaschen ausgeschenkt. Wie sie dann unschwer erkennen können. Genau. Wissen Sie gerade, von was ich spreche? Ich habe die Werbung geschickt. Ähm, nee, keine Ahnung, tatsächlich. Also ich weiß es auf jeden Fall nicht. Soll ich Ihnen das auch wachen? Ich leite Ihnen das auch weiter. Ich bin doch da nicht so. Warten Sie. Moment. Wo ist das? Komm, kurz mit Bello, Bello. Hm. Kann ich denn Gesendete neu versenden? Das geht bestimmt, oder? Ja, müsste ja eigentlich gehen, ne? So. Ja. So. Weiterleiten. Und Andreini. Oh, Moment. Nicht. Fast der falsche Name. So. Bitteschön. Perfekt. Ich habe die Werbung geschickt, die wir auch online genommen haben. Oh, ich habe da gerade was gesehen, ja. Ja, genau. Das Bild hat mir, genau. Damit siehst du es? Oh, oh, oh. Da gucke ich gleich mal rein. Ja, mache ich dann gleich mal im Anschluss. Sie sind so schweigsam. Sind Sie geschockt? So eine Werbung wurde in den 80ern gemacht. Stellen Sie sich das vor. Das war noch andere Zeiten, ne? Das war noch andere Zeiten, ne? Wissen Sie? Und, äh, äh, diese, diese Koks-Cola wollte das nachmachen. Da haben die gedacht, naja, wenn es oberkörperfrei scheinbar hilft, ja, dann haben die so einen Typen genommen, der, der so getan hat, als würde er, als würde er der übelste Bauarbeiter sein. Hintervall war der Typ nur auf Steroide aus, damit er einen schönen Körper hatte und hat sich dann diese Koks-Cola einfach mal eingeschüttet. Und versuchte dabei noch, oh, so richtig, so, äh, zu gucken, verstehen Sie? Absoluter Quatsch. Absoluter Quatsch. Die Rechnung ging nicht auf. Koks-Cola hat keine Zukunft hier. Nee, das ist richtig. Ich schick dir aber wirklich welche, ne? Koks-Cola? Ja. Was wird das denn hier? Angelique! Howdy, Ladies and Gentlemen, Dankeschön für deinen Braid, danke, ich hoffe, ihr hattet einen coolen Stream, schön, dass ihr da seid. Was sagst du? Dankeschön. Howdy, schön, dass ihr da seid. Also, den Wunsch kann ich dir auch erfüllen. Also, verstehen Sie, was ich meine? Also, Koks-Cola hat damit überhaupt nicht gepunktet, aber die Werbung in diesem Bild, die hat richtig reingehauen und hat das Getränk einfach legendär gemacht. Koks-Cola, das würde hier, glaube ich, das würde hier richtig gut ankommen, ganz ehrlich. Boah, wieso? Nein, das würde, nein, das würde nicht gut ankommen. Diese, diese Marke, die wollte damals, sie wollte der Sprunk-Werbung nachziehen. Ich hatte es gerade erklärt. Dabei... Ich habe Ihnen gerade nochmal eine Mail geschickt, Sie können gucken, dann wissen Sie, von welchem Bild ich spreche, von welchem Werbebild. Da habe ich die geschickt. Ja, habe ich gesehen. Und jedenfalls hat diese, die Firma Koks-Cola wollte was nachmachen. Die haben hier so einen auf Steroide basierten männlichen, männliches Objekt dahingestellt, haben eine Baustelle daneben hingestellt und haben dann gedacht, ich meine, der Typ hatte ja, ach, der hatte keine Ahnung vom Handwerk. Und dann hat er so getan, als würde er sich diese Koks-Cola richtig genieserisch in den Mund schütten und wollte dabei wohl gut aussehen. Aber die Rechnung ging ja nicht auf. So, Sprunk hat alles richtig gemacht, mit dieser Werbung damals. Das sieht aus wie Rico Stone. Tja, aber jedenfalls finde... Das ist eine Haartolle. Aber ich finde, es ist einfach nicht mehr zeitgerecht, ja. Wir schreiben mittlerweile, wir sind in den 2000er. Wir sollten hier, finde ich, einfach mal... Es sollte mal ein Upgrade her. Ja, da sind wir jetzt dabei, ne? Aber da können wir ja Rico Stone, der holen wir eine große Sprunk-Dose umarmt. Wissen Sie, ich muss jetzt nochmal, also jetzt, ich muss dann selber nochmal reinschauen, weil das ist einfach diese... Das war es nicht. Ah. Ja. Ich schaue mal die Besendeten, so. Also, ja. Bis gleich. Ich suche gerade mal diese Mail raus. Dauert einen Moment. Ja. Ich schaue mal die Besendeten, aber ich schaue mal die Besendeten.